Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder Atron's E1 King of the Kid zusammen mit dem Uncle Bobby. Hallo, ich fliege rechts beim Fluss, da wo die Wohnwäge sind. Ja, die Wohnwäge, da fliege ich auch hin. Heute mal eine gemütliche Zweierrunde. Servus erstmal vernünftig, guten Tag, Hallöchen mit Öchen. Was willst du noch alles sagen? Servus, guten Tag, Hallöchen mit Öchen. Oh, hier ist sogar ein Bulmenwagen. Oh, ja. Nimm du den Sprit mal raus. Im Moment bin ich unter der Map und falle durch. Bist du tot? Noch nicht. Loi, jetzt steh ich wieder hier oben. Ja, dann nimm raus. Richtig gut. Nein. Du raus nimm nicht. Ich wollte da nicht aussteigen, da ist die Sau losgefahren hier. Und hier ist wieder nichts drin. Hast du wieder alles eingesackt, ne? Ich war da gar nicht drin. Hier liegt noch eine Piste im Ding, damit du auch erzählst. Ich hab auch noch eine Piste im Ding. Hier liegt bei mir gar nichts. In dem einen Wagen, nicht im Auto. Irgendings. Oh, hier liegt noch ein Verserket. Äh, welcher Wagen wann das? Hier. 45er hier draußen. Ja, ich zerreiße gerade links. Wo? 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 Hier. Hier liegt noch ein T-Shirt, falls eins brauchst. T-Shirts sind immer gut. Da kannst du Bandagen draus machen. Hier liegt auch noch eins. Das ist ein grünes Army-Shirt. Dann ziehen wir das doch wieder an. Das sieht doch keiner. Schuhe packe ich mal hier hin. Die Schuhe schmeiße ich weg. Hier liegt auch noch eins. Und dann auf geht's, würde ich sagen. Shirts kann man immer gebrauchen. Mhm. Shirts. Mach mal noch zwei Bandagen. Ja, ich mach da gerade mal fünfe draus. Dass ich ein paar mehr als drei habe. Ich brauch hier mal ein bisschen mehr. Ich brauch hier mal ein bisschen mehr. Mein Körper ist ein bisschen größer als einer. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Oh, wir sind mittendrin. Rechts erstmal so ein bisschen am Fluss entlang. Genau, fahren wir am Fluss hoch. Auf der rechten Seite wahrscheinlich. Ja, genau. Das wäre mal eine Gaudi. Würde Frau Drahtbecker jetzt sagen. Hui. Unterwegs nehmen wir dann Wohnwegen und so mit. Und dann passt das. Genau. Ist da rechts oben einer? Ne. Im Wald? Ne. Ne, fahr einfach erstmal. Hier ist ein welcher. Hier liegt ein Rucksack. So. Ein Helm. Fürs AID-Kit. Und Rucksack? Wo? Rucksack draußen. Schöner, großer Rucksack. Da drauf habe ich gewartet. Ey, hier ist wieder keine Waffe, ne. Hier sind nur... Hier ist noch eine Piste. Hier ist noch ein Helm im Dings. Und dann Auto. Das Helm habe ich mal, guck mal. Wo? Wo ist ein Auto? Das klang eben so. Entschuldigung. Schock mich nicht. Nicht so. Ne, das klang eben so. Ich dachte, da kam ein... Hier noch irgendwo ein Helm. Dann könnte ich Dings machen. Ich habe eben einen Rucksack aufgehoben. Da liegt schon wieder ein Rucksack. Lol. Hier liegt auch noch einer, ein großer. Guck mal hier. Unter dem Ding. Falls du noch einen großen brauchst. Schießen? Da unten drunter klebt den. Hehehehe. Da komme ich gar nicht hin. Hast du? Oder soll ich den nehmen und die droppen. Warte ich droppe. Wie kann ich den hinlegen? Keine Ahnung, ich habe ihn dir doch gegeben jetzt. Hier. Und jetzt kommen wir müssen... Sehr merkwürdig. Warte weiter geht's. 1911 moon warte nein dann kann ich doch die m9 rausschmeißen 1911 habe ich so links oben ist ein schönes gebäude das passt aber da sind wohl bestimmt felschen da vorne sind irgendwas wo ein wenig gerade auch noch zu ich glaube hier draußen nach irgendwo ein Aids geht ja nimm mit auf den tisch aber willst du es nicht haben ok ja schon dann eben nicht ich krieg hier nur Aids gibt es ohne witz echt keine waffen gar nichts hier drin liegt aber ich musste die moon wo ist hier drin hier da in dem ja ich habe da noch ein helm habe ich den helm nicht mitgenommen äh moon wo habe ich dir moon 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 ein helm bräuch glaube ich noch ne liegt hier ich mach eben tings moment make shifter weiter geht's go go reinsteigen hier liegt noch ein first aid kit und schnelle schuhe wie habe ich das jetzt gemacht? ja gehackt hat er gehackt oder vorher das quad gelootet was ist da? gehackt das könnte auch sein das ist doch in Ordnung wir haben nichts gesehen kaum fährt der wieder ist das auto im Arsch ohne Witz 10% schon weg 11 das kann nicht sein rechts oben rechts oben guck mal perfekt scheune hier war jemand hier war jemand fahr weg 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 komm ins auto ich bin drin ich bin getroffen ich nicht da musst du nicht sagen hier war jemand da musst du sagen hier ist jemand er sagt hier war jemand wir sind außerhalb ich weiß ich weiß aber egal die haben unser polizei Auto jetzt wir haben Autos und wenn die das finden ich weiß nicht ob die da direkt hinkommen vielleicht haben wir ja auch deren auto genommen ja haben wir ja wir fahren gerade damit wie du siehst dann möchte ich sagen haben die aber ein besseres Auto gekriegt weil unser war nicht so weit runter unser war nicht auf 74 ne wobei die das abgeschossen haben ne glaube ich sind wir safe ja sind wir ok vielleicht machen wir hier einen guten deal irgendwo nochmal einen neuen Autotausch oder so ups war da aber nicht nach dem Autotausch hier aus irgendwie ne ach das sind die Reifen von diesem Auto ich denke eben irgendwo drehen noch Reifen durch echt hast du denn durchdrehen ja ja also auf manchen Asphaltstecken ist das wirklich so hier ist der alte Dumpf wie nice ist das denn ich weiß noch nicht hier sind wir aber auch fast außerhalb wir sind sogar außerhalb echt? ja naja aber wir fahren gleich wieder rein alles easy ja ja ist nur knapp also ist keine Frage aber sieht schon lecker aus hier muss man sagen hier kommt man auch so selten hin ne ja ist wirklich so ist wirklich so auf der anderen Seite wenn du hier oben bist und loopen kennst ich glaube hier sind wir sogar drin ich glaube hier sind wir sogar drin hier sind wir sogar drin ne ich weiß jetzt nicht ob wir ganz drin sind SAFE naaa hälfte ist von der Straße drin ungefähr würde ich sagen ich weiß jetzt nicht ganz wo wir genau sind ist die Frage doch wir sind drin ja ja jetzt sind wir drin ja ja verlässt dich doch einfach auf mich vielleicht finden wir hier oben ja irgendwo noch ein Auto an der Feuerwehrwache vielleicht das geil ist hier kann man rein fahren und es dort zu machen ja das leider nicht das wäre noch besser ja das hätte er auf jeden Fall weißt ne ich hab fast noch ein first air kit gepackt oh Karma würde ich sagen dass ich dir vorhin die AR netterweise überlassen habe weil hier war direkt wieder eine ja das ist gut hast du noch einen Moon für mich über? leider nein hier liegt noch einer komm hier rein hier rein hier rein hier rein falsche Gebäude ja lass mich doch hier auch mal gucken da macht der so einen Wirbel wa? ja ich lasse die AR da die wertvolle du sagst drängt der richtig ohne Witz oh first air kit Mace pack wo ist noch ducktap? hier hinten liegt noch ducktap ähm wo ist hier hinten? hier bei mir ein Raum neben mir da hinten bist du da hinten bist du? nö willst du eine? kann ich eh nicht mit umgehen du sagst ja oder nein muss noch ein first aid kit? ne dem hin äh das habe ich jetzt gemacht kannst du so weiter gehts kommst du zum Auto? äh das brauche ich eigentlich nur noch einen großen Rucksack ducktap habe ich hier auch noch ok jetzt brauche ich nur noch mal einen großen Rucksack und dann ach da gehst du da ne ach hier guck ich bin noch im Bettenlager ja dann komm und hier ist sogar zufälligerweise noch ein großer Rucksack ja dann komm ja nun warte straß doch nicht so die Gegner kommen gleich ach hier nicht her die sind irgendwo in der Mitte naja die sind hier ich spür sie schon da vorne seh ich sie sogar schon nein nein auf dem Klo sitzt auch keiner Leute heißt dann auf Twitch echt Fail H17 ist doch voll in Ordnung komme schon alter du quälst du musst doch lange warten ja nun gut Ding braucht Weile wie zitierte ein angehender Formel 1 Fahrer das beste kommt immer zum Schluss angehender Formel 1 Fahrer wer weiß ja ein Azubi weißt du Formel 1 Azubi ok wohin fahren wir überhaupt gerade ok die Straße entlang scheinbar wir fahren die gelbe Straße entlang oder ich meine wir fahren die gelbe aber ne eigentlich nicht war ich jetzt so der Meinung eigentlich das ist ganz komisch sonst ist die Straße nicht eingezeichnet richtig sehe ich genauso wir müssten Richtung Süden runter ja ich weiß ich gucke hier noch ob hier Autos stehen welche quäl über die Straße ja ob hier andere Autos stehen quäl über die Straße wenn nicht musst du nämlich da in einen Tank noch reinverfahren da ist jemand auf Gas gestorben gerade ist ja kein Ding müssen wir nur mal gucken ich will den jetzt nicht direkt verschwenden weiß ja deswegen aber wenn wir hier noch ein Auto finden brauchen wir den nicht zumindest nicht jetzt sondern später da oben im Haus weiß das ist nah am Gas oh tatsächlich da oben ist ein Haus läuft habe ich auch nicht gesehen aber vielleicht haben wir da mega Glück ich weiß noch weil es halt so abgelegen ist war das auch so weit oben da war auch eine Base zumindest kein Auto aber steht hier irgendwas guck extra auch im Gas zumindest nicht mehr außerhalb des Gases ein Trecker ist hier noch ne schade kann man auch ins Haus rein würde ich nicht machen komm da weg ne das halbe Haus ist unter Gas tatsächlich schank lieber das Ding und dann ab hier schade fangste? ah pass na sicher das oh oh das wäre so nice gewesen wenn hier jetzt direkt ein Auto gestanden wäre oh nein Gott wollte er es nicht so ne hat er es echt Stein explodiert das war sehr uncool das klang auf jeden Fall von rechts hinter uns ja hat da jemand im Garten auf uns gewartet oder was Luftblase gebildet keine Ahnung haben eine Luftblase gebildet auf jeden Fall was ist hier für ein Ding? wir sind nicht drin ne? ne ich weiß aber was ist das hier für ein Ding? das ist unser Startplatz ne ne das ist der nicht ne nicht die Lobby ich dachte eben das wäre die Lobby haben wir auch kein Auto hier? das wäre jetzt auch ziemlich dumm wenn wir jetzt ein Auto finden würden wär auch immer noch gut ach hier oben hatte ich schon mal ein Showdown im Solo echt? ja bin ich hier auf der Wiese hier bei dem Stein bin ich gestorben das ist schon gelootet ja ok dann müssen wir wohl mit dem rauskommen was wir haben da sind Leute ohja komm wir überfahren einen von denen vielleicht keinen erwischt keinen erwischt ich habe einen erwischt ich habe einen angehittet du bist getroffen auch oder? ja das kann sein blutest du? blutest du? weißt du nicht ich sehe nichts wie du siehst nichts ich sehe nichts ob ich blute also er spritzt auf jeden Fall nicht dann blutest du auch nicht wieder Schüsse auf uns er sie ist er sie ist aber die müssen zu Fuß laufen das ist jetzt gemein wollen wir die nicht abholen und Taxi spielen? als ob die uns dann nicht abschießen heilt sie dich? ja warum? ja weil du getroffen bist nein lass uns die doch mitnehmen na heil dich doch einfach jetzt ist doch schon was für ist das schon ja ist das schon ja will Leute hier mitnehmen das ist verkehrt warum nicht? ja weil die uns dann abknallen lass uns doch in der absoluten Apokalypse einfach mal freundlich sein reiche anderen die Hand und sage Arschloch ja ist doch egal das sieht super aus wir sollten mal ein Stück zur Seite fahren ja es könnte warm werden ich weiß jetzt nicht wo der die Bomben abpfeffert aber er ist scheinbar nicht da wo rechts ist ein Auto Nordwest ah Polizei Auto ja sind wahrscheinlich jetzt die beiden Muschkoten die haben so ein Auto gefunden pass auf nein nein glaube ich nicht meins ist ein anderer oben rechts ist ein Haus der Jeep ist da hinten ab wo das Polizei Auto war na fährt er in die Safe Zone war nie wir könnten auch mal Richtung Safe Zone langsamer noch warum meinst du? ja ganz gemütlich ich könnte mal der Tanke noch schnell ein neues Auto holen wenn da eins wäre hier ist echt keins ne hier bin ich ja auch bei dem wo 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 ich sehe die ich hab nie gesehen ich weiß wo er war wo? da war zwischen den Häusern zwischen den Gebäuden ey das ist Auto heile der schießt das Auto kaputt der Arsch ja ich weiß deswegen müssen wir hier weg da rechts lag er ne? der hat sich hingeliegt gerade als wir vorbei sind ja hat er auch auf uns geschossen die schießen sogar das Auto das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus 46% für das Auto Aua und jetzt auch noch Bomber oh oh die sind alle so aggressiv noch sind wir nicht safe finde ich voll nicht gut hier sollten wir schon safe sein jetzt ah das Auto sollten wir gleich abstellen vor uns Gegner komm wir holen ihn tot er ist tot oh du hast ihn überfahren toll ne ich hab ihn geholt nicht überfahren achso ich heile mich kurz hoch ja ich muss auch heilen er hat ne AK aber keine Moon dafür nice dann nehm ich die nicht hatte der ein Helm hat er noch was anderes gehabt? muss gucken ob er einen Helm hat ich hab keinen mehr ja er hat einen nice sonst so ein bisschen Moon aber sonst nix na das Auto lassen wir stehen würde ich sagen meinste der kann doch noch fahren wie fährt das? 34 vorwärts also echt nicht mehr viel er macht doch nix so lange wie möglich abspringen können wir immer noch ne das ist ja das Problem wenn die dreimal schießen dann ist das Auto weg wenn die treffen ich sag ja abspringen können wir immer noch also einen Gegner können wir noch holen da längst steht auch eins ne das wär zu kaum gewesen ja da warnt schon mehr das hätte jetzt genau gepasst ey das wär einfach zu schön gewesen die Story aber wie ich ihn direkt geholt hab ne also ausgestiegen bum bum tot ja ich hab mal auch nur einen gehittet 20 noch hier will ich aber nicht aussteigen ne warum? hier ist der Moskito rüber ich stech in einem Po hier vielleicht ein Quad oder so was ey das wär schon mal ein Fortschritt weißt du war das nicht da drüben irgendwo das war doch hier auch unser Fluss oder nicht? meinst du das war hier? ja klar mit viel Glück ist das da drüben noch mit richtig viel Glück ich glaube das war so wenn das hier ist ne dann haben wir ein Lotto dann war das hier irgendwo weil irgendwo hast du dir doch eine Schlüssel recht holen vielleicht ein bisschen weiter nördlich noch oder war das noch bei dem Ding da vorne würde ich grad sagen wenn wir Glück haben hier vorne zwischen den Bäumen da stand's auf jeden Fall vielleicht steht's hier noch ja ne oder? ja ne vielleicht eventuell ne ist weg ist weg schade aber das war hier genau ja das wär echt mega nice gewesen wir sind übrigens safe hier auf der Flussseite auch hätte auf jeden Fall gepasst schade 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 wir haben auch kaum noch Sprit ne du hast auch nix mehr oder? ne ich habe auch eingetankt und dann fahren wir jetzt noch einen Gegner holen und dann laufen wir zu kurz fahr doch an eine Tankung und lass den Sprit klauen ich glaub das geht nicht so einfach auch wenn ich wünschte es wäre so wo ist denn der nächste Gegner ist jetzt die große Preisfrage sind da nur noch 17 ich würde jetzt ungern ja direkt in die CD rein aber hier so ein bisschen außen rum kann man ja fahren aber da hast du wahrscheinlich die meiste Action jetzt ne? na aber ich will ja auch nicht sterben ich will nur einen Gegner holen und fertig mir einen rauspicken weißt du? einen nach dem anderen locker fruchtig ausknipsen hatte Govt hier schießt dann auf uns aber sieht gerade noch nicht so aus da waren zwei Autos die haben eben Liebe gemacht hast du das gesehen? na ehrlich gesagt nicht da ist auch keiner drin wo verstecken die sich? da drüben ist glaube ich eh keiner außer wir hier zum Prozent Sprit da vorne ist der Airdrop ja ich bin auch am überlegen komm fahren wir mal in die Richtung passt ja nix außer unser Leben ich bin ja immer der Erste der drauf geht du holst jetzt zwei direkt zwei Airdrops? ja zwei Gegner meinste ich toppe das noch mit den Airdrops die ich da die war die vorletzte Folge bei mir auf meinem Kanal ähm da haben wir jetzt zwei Airdrops geholt für die Leute die sie noch nicht gesehen haben schaut mal rein das wusste ich ja wieder raus 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 läuft ich bin tot natürlich mal wieder der hat nur noch 14 nein der andere hat 41 ich hab den Fall schon getroffen oh man oh man Freunde wie ärgerlich wie ärgerlich wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollt ein Abo schaut da bei Onkelpoppy vorbei bis dann not rein ciao ciao